Als die Prinzessin von Bales am Freitag in einem vom Kensington-Palast veröffentlichten Video mit Verspätung bekannt gab, dass sie sich wegen einer nicht näher bezeichneten Form von Krebs einer vorbeugenden Chemotherapie unterzieht, löste dies Mitgefühl aus, warf aber auch Fragen darüber auf, wie ihre Fans, Anhänger und die Welt im Allgemeinen mit der Situation umgehen. Die Medienberichterstattung über die Situation hat Fragen aufgeworfen. Kessrin hat sich seit Weihnachten nicht mehr in der Öffentlichkeit gezeigt, was zu zahlreichen Gerüchten und PR-Schlagzeilen geführt hat. Spekulationen über ihren Aufenthaltsort und die Echtheit einiger Fotos kamen auf. Der Komiker Stephen Colbert stellte im Fernsehen sogar die Frage, ob Katis Ehemann, Prinz William, eine Affäre habe. Die Aufregung führte dazu, dass die Menschen versuchten, einen Blick auf sie zu erhaschen, und für das Bildmaterial konnte viel Geld verdient werden. Inmitten dieses Chaos wurde jedoch bekannt, dass die Prinzessin in Stillen mit einer schweren Krankheit kämpft, Krebs. Ich hoffe, sie fühlen sich jetzt alle krank, titelte ein Magazin und spiegelte damit die Schuldgefühle wieder, die einige wegen der aufdringlichen Berichterstattung hatten. Es ist sehr traurig, bemerkte China Best, 35, an der Londoner Victoria Station. Sie wird von der Presse verfolgt. Es ist wirklich herzzerreißend. In ihrer Videobotschaft erklärte Kate, dass sie Zeit brauchte, um mit ihren Kindern, Prinz George, Prinzessin Charlotte und Prinz Louis, die 10, 8 bzw. 5 Jahre alt sind, über ihre Diagnose zu sprechen. Es war natürlich ein großer Schock, und William und ich haben alles getan, was wir konnten, um es anzusprechen und im Interesse unserer jungen Familie privat damit umzugehen, sagte die Prinzessin mit ruhiger Miene, aber einem Hauch von Lächeln. Sie saß lässig auf einer Parkbank, umgeben von gelben Blumen, und ihr lockiges Haar fiel ihr locker um die Schultern. Während der Behandlung sprach Kate direkt in die Kamera und betonte, dass die Familie Zeit und Raum für sich brauche. Nach Angaben des Palastes wurde das Video am 20. März diskret in den BBC Studios in Windsor aufgenommen, wo Kate und William leben. Obwohl der Palast zunächst berichtete, dass ihr Zustand nach der Bauchoperation im Januar krebsfrei war, sagte Kate in einer Erklärung am Freitag, dass die Tests nach der Operation das Gegenteil zeigten.